Hallo liebe Handballfreunde, die Handballsaison geht in eine neue Runde 2010-2011, beginnt mit den Testspielen, deswegen sind wir heute hier in der Sporthalle Leetzen, wo der Zweitligist der SV Postsperin sich die Ehre gibt gegen den MV-Ligisten, SG Bansko Leetzen. Applaus 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 Das war's. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 1, 2, 1. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.